Hallo mein lieben Zuschauer, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Forza Horizon 2 hier auf meinem Kanal. Und wir sind wieder in Nizza und wollen jetzt das nächste Rennen angeben. Und zwar in der Idesjenige. Oh, sitzt ja gar keiner drin. Hört mir gerade jetzt was auf. Das nächste Rennen auf der Liste. Ich habe jetzt in der Zwischenzeit noch ein bisschen Scheiß nebenbei gemacht, habe ein paar Tafeln mir geholt und so weiter. Also nichts wichtiges. Straßenrennen, Nordrhein-Supercars. Lamborghini, Porsche, R8. Okay, das ist ein Straßenrennen. Du fährst auf offener Straße zusammen mit dem anderen Verkehr. Also pass auf, was vor dir ist. Okay. Okay. Aber warum die denn die Strecke nicht für normalen Verkehr sperren? Verstehe ich nicht. Ey. Angeber. Ich werde, dass ich die Punkte gleich wieder verliere, weil ich irgendwo in die Wand reinknalle. Okay. Konzentrieren wir uns mal ein bisschen auf das Fahren. Wir fahren echt noch so klein. Hier fährt die Omi echt noch zum Einkaufen. Ein Viertelhammer. Wenn wir jetzt in die Top 3 kommen. Ah. 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 aber er mir hinten reinknallt. Das ist wieder so typisch. Ich möchte mich wieder an den Five Club also ich möchte mich wieder so dermaßen an den Five Club Hälfte haben wir. Ich glaube wir könnten sogar den ersten Platz kriegen. Danke. So, dann versuchen wir das Ding mal jetzt heimzufahren hier. Au, ernsthaft? Was da so scheiß Ding ist? Das war dumm, Leute. Ah, ich glaube das. Alter! Ich schreck mich doch nicht so. Ich habe ganz fünf Speed verloren gerade. Auf den scheiß Pundu. Oh, komm. Nein, 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 nein. Das wirst du. Komm, letzte Kurve. Und Gas. Und Gas. Und Gas. Und Gas. Ich weiß, wie sieht's aus. Ups. Falterknapp gedrückt. Gut gemacht. Du hast das ganze Rennen kontrolliert. Ja, habe ich. Ich weiß. Ich bin noch der Beste. Gut. Was? Wieso kriege ich denn keine Punkte? Warum hat sich das... Ach, jetzt geht's. Ich muss sagen, es hätte ich irgendwie aufgehangen. Habe ich ernsthaft? Das ist jetzt schon 180.000? Okay, nicht schlecht. Aber du könntest mehr Belohnungen holen und dein nächstes Armband schneller bekommen, wenn du sauber fährst und Zusammenstöße vermeidest. Ich fahr da total sauber. Noch sauber geht's nicht. Äh, nee. Wir wollen mich nicht antreten. Ach, verdammt. Das müssten wir eigentlich jedes Mal machen. Das gibt irgendwie extra Punkte. So, dann fahren wir mal zum nächsten Rennen. Da vorne ist auch wieder eine... Danke. Ähm, eine Tafel. Die nehmen wir noch mit. Da wird der Halle und ein Gamer unterwegs. Wo ist denn die Tafel? Wo steckt da? Da ist er. So, da drüben schon das Westerin. Alter, ichs rechts. Lärm. Ich will noch die Tafel da links mitnehmen. Ich will noch die Tafel... Ihr wisst ja, ich bin Jäger und Sammler. Da ist er. Oh, wir müssen einen Preis drehen. Bis jetzt haben wir noch kein Auto gewonnen. Bis jetzt haben wir immer nur Kohle bekommen. Fände ich mal schön, wenn wir mal ein Auto kriegen würden. Ah, 11.000 Grad jetzt. 11.000 für wer jetzt. Gut. Hallo, liebe Leute. Scott Tyler hier. Und beste Laune. Und warum, das fragt ihr. Na, habt ihr das Wetter gesehen? Kein Wölkchen weit und breit. Und wie man mir sagt, steht die Quecksilbersäule in unserer Base Arena Wetterstation. Morning, Supercars. Rundstreckenrennen. Ah, Schildkirr-Autos. Gut. Achtung. Fertig. Los. Und der Halluken-Gamer auch wieder mit dabei mit seinem weiß-gelben Ferrari. Alter, ich will die Punkte jetzt nicht verlieren. Nein! Ernsthaft? 6.000 Punkte verloren gerade. Jetzt ist mir auch egal. Jetzt will ich auf den ersten Platz fahren. Jetzt ist es mir auch egal. Ah, das war scheiße. Da hat das Auto wieder massivst übersteuert. Heißt das übersteuert? Ich glaube, das heißt übersteuert. Wo sind wir denn? Ja, komm, sollte noch ein bisschen was drin sein hier. Ja, zwei Runden haben wir noch. Ich glaube, ich werde die Konsole einfach mal just for fun morgen mit auf Arbeit nehmen. Und dann diese ganzen Nebensächlichkeiten da machen, die ganzen Tafeln aufdecken und, und, und. Ah, komm schon, wo sind wir denn immer noch auf Platz 6? Ich fahre hier viel zu zaghaft. Ich fahre hier viel zu zaghaft. Ah, ich will die Punkte nicht wieder verlieren. Ich will die Punkte nicht wieder verlieren. So, jetzt buch doch schon mal die scheiß Punkte. Boah, ich glaube, ich verliere die gleich wieder. Ich verliere die gleich wieder. Jetzt buch die mir doch mal. Ja, super, 8.000 Punkte. Oh, 9.000 Punkte. Jawoll, 39.000 Punkte. So, dann jetzt mal ein bisschen. Ja, Halunken-Gamer ist auch wieder mit dabei. Das nützt ja nix, wenn ich hier ständig Punkte mache, aber die Rennen nicht gewinne. Entschuldigung, Halunken-Gegner. Ah, fuck, das war okay geil. Darf ich dich eigentlich Halunky nennen? Ist das okay für dich? Ich guck jetzt scheiß auf die Punkte. Ich guck jetzt scheiß auf die Punkte. Ich will wenigstens in die Top 3 kommen. Ich will wenigstens in die Top 3 kommen. Ich will wenigstens in die Top 3 kommen. Dazu müssen wir das ganz normal fahren. Alter, ernsthaft? Ah, der hat 5.000 Punkte auch noch verloren. Das ärgert einen dann so, wenn man da... So, wo soll man... Ah, vor mir ist noch einer. Den ich aber auch noch kriege. Den kriege ich noch. Das kriege ich noch. Ah, ernsthaft? Das hat man eigentlich zurücksetzen können. Das kriege ich noch. Das kriege ich noch. Xbox One Ethan. Ah, das kriege ich nicht mehr. Scheiße. Ja, gut. Zweiter Platz ist okay. Alter, der überholt mich noch einer. Ernsthaft? Ja, will mich doch noch echt einer überholen. Ja, zweiter Platz ist aber auch okay. Wäre ich nicht so vorsichtig gefahren? Gut gemacht. Gut gemacht. Gut, das ist aber auch ein 900 oder der hat 50 Punkte mehr als ich. Gut. Dann sind wir trotzdem auf dem ersten Platz von der Meisterschaft. 13.000 Punkte. Neuer W-Spin. Oh, und schon fast nochmal aufgestiegen. Ähm. Ja, kommt das nochmal gegen unseren Rival nochmal in der Folge. Kobra. Wie zieht denn der ab? Was fährt denn der für ein Auto? Was ist denn der für ein Auto? Ach, Mann. Das wird wahrscheinlich nichts. Dass er schon beim Start so weggezogen ist. Oh, da kommen wir ein bisschen ran. Ein bisschen komm mal ran, wenn wir jetzt keine große Scheiße bauen. Oh, da hat er einen Fehler gemacht. Da hat er einen Fehler gemacht. Sie waren besser als, jawohl. Immer wenn du einen Rivalen schlägst, setzen wir dir einen neuen Rivalen vor die Nase. Je schneller du wirst, desto schwieriger wird es. Okay. String dich an. Aber es gibt schön Punkte. Die nehmen wir natürlich immer mit. Das nehmen wir natürlich alles mit. Dumm. Gut. Dann fahren wir mal zum nächsten Rennen noch. Oh, für einen Preis drehen. Natürlich drehen wir nochmal für einen Preis. Gibt wahrscheinlich eh nur wieder Geld. Gib mir ein Auto, gib mir ein Auto, gib mir ein Auto, gib mir ein Auto, gib mir ein Auto. Oh, fuck. Oh, shit. So, wo ist das nächste? Alter, ernsthaft? Fahrt nochmal mit einem hässlichen Transit weg? In 200 Metern nach rechts abbiegen. Sehr gerne. Rechts abbiegen. Nach links abbiegen. Gut. Nächstes Rennen. Sie haben ihr Ziel erreicht. Nizza, Massena, Modern Supercars, Sprintrennen, Veranstaltung 3 von 4, Nachts bei Regen, auch schick. Okay, das nächste ist ein Sprintrennen. Wir haben die Straßen gesperrt. Du kannst also ohne Verkehr fahren. Achte auf die Karte, um die Strecke im Auge zu behalten. Und wähle die günstigste Fahrlinie. Okay. Werde ich mit Versuchen. Schön, wie du mich beim Start alle stehen lassen. Komm, ich muss wieder in die Top 3 kommen. Okay. Oh, gleich gibt's wieder 20.000 Punkte. Und ich verkack's. Siehst du? Na, das meine ich. Aber Gott sei Dank galten die noch vorher. Oder haben sie noch gewertet. Ja, theoretisch braucht man ja eigentlich nur stundenlang rumfahren und alles kaputt machen. Und dann kriegt man ja auch die ganzen Punkte. Wow. Angeber. Wie bleiben wir denn? Ja, die sind noch 41% sind auf dem dritten Platz. Ja, das schaffen wir noch. Ah, komm. Gib mal die Punkte. Yay. 10.000. Jetzt sind wir mal 57%. Wow, Baum. Komm schon. Schön sauber vorbei. Gefällt mir gerade. Sehr gut. Ich fahre gerade relativ gut, muss ich sagen. Und gleich gibt's nochmal einen neuen Punkt. Und gleich gibt's nochmal einen neuen Punkt. Ah, diese Lightshow da. Diese Lasershow. Ah, das war dumm. Das war dumm. Da ist mir das Heck ausgebrochen. Da bin ich unsanft gefahren. Das war auch nicht so gut. Ah. Okay, das war besser. Das war wesentlich besser. Ich glaube, ich habe gerade ein bisschen abgelenkt, als ich die Minimap geguckt habe. Und Ziellinie. Jawohl. Super. 3 von 4. Oh, wow. Bei dir sah das aus wie ein Kinderspiel. War's auch. War's auch. Gut. Fortsetzen. 10 Punkte Vorsprung. Das ist nice. Regenmeister. 7.000 Credits. Und 5.000 Erfahrungspunkte. Yay. 12.000. 12.000 was zum nächsten. Ne, machen wir mal nicht. Wir machen mal noch das letzte Rennen in der Folge. Waren ja 3 von 4 bis jetzt. Wo ist denn das letzte Rennen in der Folge? Ähm, wo ist denn das letzte? Da ist das letzte. Achso, wir haben ja noch einen Stufeaufstieg. Komm, gib mir ein Auto, gib mir ein Auto, gib mir ein Auto, gib mir ein Auto, gib mir ein Auto. Und. Ah, will ich das 7.000? Super. Äh, wie haben wir denn jetzt? 240.000. Danke. In 200 Metern nach links abbiegen. Nach links abbiegen. In 400 Metern nach rechts abbiegen. Gut. Dann steht das letzte Rennen an. Rechts abbiegen. Ich hoffe mal, dass es dann mal auch nicht mehr regnet. Das machen wir noch in der Folge. Äh. Und dann schauen wir mal, dass wir in der nächsten Folge mal ein bisschen Auto lackieren gehen. Da waren echt schöne Community-Lackierungen dabei. Man, unsere Bacasa, es kommt jetzt nochmal Sprintrennen. Veranstaltung 4 von 4. So. So weit bist du schon gekommen. Nur einzig noch, das reicht. Noch 3, 2, 1, los geht's. Müssen wir sie mich alle überholen? Müssen wir sie wieder ein bisschen heftig mit Punkten. So kleine Rangler sind okay. Okay. Perfekt. Yay. Ah, die Bohnen schauen wir uns jetzt nicht an. Müssen wir mal, dass wir möglichst weit nach vorne kommen. Ich muss jetzt eh ein paar Punkte sammeln, weil die nächste, was ich freischalten will, hat, glaube ich, drei Erfahrungspunkte für. Also bringt's jetzt eh nix, wenn wir jetzt schon da reingucken. Au, was war das denn gerade für eine Aktion? Was war das denn gerade rum? Ist denn da so abgehoben? Efach so? Komm, Halungi-Gamer. Ach nee, Halungi, darf ich dich ja nennen. Oder möchte ich dich ja nennen. Mein allererster Xbox-Live-Freund. Komm schon, das gibt's auch noch. Xbox One gießen. Ja, Mann, die Hälfte haben wir. Ja, gut, ich krieg mal auch noch. Ich will da nun nicht so aggressiv, weil ich dann immer die Punkte verliere. Jetzt könnte ich es immer als aggressiv, weil jetzt habe ich nämlich keine Punkte. Weil ich könnte noch ein bisschen Windschatten in der D-Fahn. Aber ich könnte jetzt auch vorbeisliden, wenn es gelingen würde. Ja, super. Nice. Schön sauber vorbeigekommen, finde ich. Ja, noch 20% haben wir noch. Da hinten haben wir ein bisschen Luft. Und wir sind im Ziel, jawoll. Nice. Gute Arbeit. Noch ein Sieg. Weitere 20 Punkte. Yay. Nice. Zwei aufeinander folgende Siege in deinen ersten zwei Meisterschaften? Was wollen wir noch mehr? Tja. Herzlichen Glückwunsch. Du bist der Champion von Nizza. Super. Gewinnen sie 13 weitere Meisterschaften. Na, das soll noch drin sein. Für Quedits kriegen wir 8.000. Und mal mindestens 5.000. Ja, knapp 6.000 E-Fahrespunkte. Gut, meine Lieben. Wir machen jetzt eine kurze Pause. Und es wird gleich eine weitere Folge geben. Wenn es euch gefallen hat, schreibt es mir in die Kommentare. Also nicht gleich wird es eine weitere Folge geben. Ich werde jetzt gleich eine aufnehmen. Morgen gibt es die natürlich erst wieder. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Hey, ganz vergessen. Ashley hat mich gebeten, dir etwas auszurichten. Ob du dich hier mit ihr treffen könntest, wenn du die Gelegenheit hast. Ja. Ja, das können wir machen. Machen wir aber in der nächsten Folge. Also, bis morgen. Ciao.